Die, die heute hier sind. Etwa auf Götz gegen Ribery und Steinmann. Ribery abgefälscht! Ribery, wichtiges Tor für ihn, für den Rückkehrer nach so vielen Verletzungen. Giroud fälscht unglücklich ab, kein Vorbe von ihm. Es ist einfach schwer zu verteidigen, wenn ein Topspieler wie Ribery mal sich die Gegenspieler zurechtlegen kann. Dann Götz und auch Steinmann und dann...